Die Krügers müssen wirklich sehr glücklich miteinander sein. Wie kommst du denn da, Daph? Ich sehe das doch jeden Morgen, wenn er zur Arbeit geht. Vor der Haustür nimmt er seine Frau zärtlich in die Arme und küsst sie. Warum machst du das eigentlich nicht? Wieso? Ich kenne die Frau doch gar nicht. Und was üben Sie für einen Beruf aus? Wissen Sie was, Herr Wachtmeister? Machen Sie einfach einen Strich.